so jetzt trainieren wir bei gewollmann nur noch die mp ja weil ich habe einfach sonst keinen plan mehr was ich da noch machen soll und bei ihr kann auch alles fehlen naja und das hasse ich wenn alles fehlen kann macht mal beide mps rinne ich nur noch mp bei gewollmann der braucht da irgendwas das nervt jetzt auch einiges dazu das ist das ist der positive effekt der bekommt einiges dazu was auch weisheit betrifft ich auch so schlafen gleich es regt mich es regt mich echt auf es ist irgendwie nichts mein gott was ist es cool und sagst mir mal bitte wir haben bald alles auf 2000 was ja auch nicht schlecht sein muss der wird doch müde mittlerweile was brauchst du verdammt was braucht der ja ich bin nur die der mann nicht ich will es jetzt wissen es ist unfassbar es ist unfassbar es ist unfassbar ich bin echt sprachlos ich bin gerade mir fehlen die worte die weisheit hoch was ist dann das ich fühle mich verarscht wargrim und disziplin unter 49 unter 49 dann habe ich mir jetzt ein bein gestillt ja toll ganz toll der darf keine disziplin haben das ist kacke ja fleisch früchte hebs das ist schlecht nüsse 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 ja oder oder fische wow wow tolle scheiße das ist also der blöden disziplin und nicht an den werten oder nüsse oder nüsse oder ich mache es jetzt ganz anders ich gehe jetzt und hole mein digitationsgegenstand du hast doch ultra oder ja 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 so zack bam und dann war es das weil ich krieg die nicht runtergedrückt krieg die nicht runtergedrückt ich glaube ich habe jetzt richtig gelesen das ist morgen wo man wird das ist kacke ja natürlich nicht black oder nur so ein fehler ja das habe ich auch noch nicht gehabt ja aber guck mal was wird denn das jetzt ein chaos galant mon ja warum nicht warum nicht das ist jetzt das komische komischerweise das fehlt jetzt habe ich einen chaos galant mon das ist jetzt unfassbar echt unfassbar kein kommentar echt kein kommentar kein kommentar ich sag da gar nichts zu weil wir da die 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 worte für fehlen wenn wir da einfach die 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 gerade fehlen für wo ich mir nur denke ja wo ich mir echt denke what the fuck 36 ist krank wieder ja aber der echte stand da warquem hat er das echt als warquem und vertickt als black das geht nicht black interessant egal jetzt würde mich mal kurz gerne interessieren ob da irgendwie was möglich ist ok nein ok bereit für fahren im ok nehme ich frauen immer nehme ich guck das gibt die beiden sich vertragen ich kann mir das nicht vorstellen ich kann mir das nicht vorstellen zwischen dem einen exe geht ich kann es mir beim besten nicht vorstellen gut es wäre bereit dann machen wir tp machen wir das hoch wieder auf 30.000 wenn ich so weit komme das problem an der digitations gegenstand ist es einfach die lebensdauer natürlich die habe ich natürlich ist nicht durch verlängert das ist das einzige was ich sagen muss das ist das einzige was man nicht verlängert und zwar wirklich das einzige aber wenn ich gleich wieder zwei megas ab und die kann keine exe man dann bin ich sowieso aufgespissen dann bin ich sowieso aufgespissen dann versuche ich aber mit dem beiden irgendwie geld zu farmen damit sich ganz umsonst war beziehungsweise wir können jetzt auch schon materialien fahren wieder so zumindest noch 3.000 verteidigung wenn das irgendwie geht oder kaum wir können nicht trainieren bis angewommen und auch noch digitiert so eilig hätten wir es dann auch wieder nicht das ist schon nervig naja es ist einfach nervig 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 ist der richtige ausdruck weil ich nicht wusste was der braucht bis ich dann eine disziplin disziplin tief ich sag mal ganz ausgeschlossen das könnte ich mir vorstellen dass das dass das daraus kommt nur simon all right ready nur stärker auch noch es war nicht viel was er ist noch dazu bekommen weil er sei doch schon jetzt richtig alt wieder weiter sagt da rennt naja ja 13 ok angewohnt müsste bei digitieren ist bald digitieren 46 ist nicht wenig was war das jetzt was du wolltest der erste stund erschöpft der eine knapp okay essen dann penn die freund wird es gut ja gut es reicht das hilft mir nix das ist wenn viele tausend passt ich will 4000 stärke ich will 4000 stärker muss ja noch was ich für das restaurant auch brauche so beide noch stärke an digitierten das jetzt bei 11 oder wer super bei 11 nein essenszeit muss man wieder andere sachen glaube ich an sie werden muss immer wieder abrücken das sein und ihr wollt gelobt werden wir pflanzen wir wieder was anderes an für die nächsten tp was geht da tp mp stärker leicht okay und dann noch hier das waren wir auch noch an davon haben wir genug von der fleischration geht jetzt langsam in ende 25 wäre super einmal noch 25 haben wir schon vier mal gleich beim anderen jetzt und angewohnt digitiert super top top damit wir zwei megas die sich gegenwärtig an ihn mal ziehen so ja nach du gibst das okay ausrüstungsladen was natürlich jetzt die erste frage ist ich habe will dings noch mal gegen mich wobei ich das gar nicht wissen will eigentlich ob der gegen mich will ja so wenn wir kurz die werte gucken 27 ok könnten natürlich besser sein 14 ist heftig materialien jetzt würde ich die letzten materialien noch für die trainingshalle die hoffnung dass ich das noch schaffe alles ist echt gut scheiße jetzt gewesen mit dem diktations item ich mag das nicht eigentlich die digifreund 80 habe ich mir fast gedacht das ist noch gar nicht möglich zwischen den beiden ist das gar nicht ein engel ein teufel ja du glaubst da ist was da liegt doch etwas von dem mit fischen und müssen ja außer disziplin nach unten toll und ich trainiere und trainiere und trainiere da das war kacke von der gewann die bedingungen sofort für chaos garland monde erfüllt sofort konntest du nix aussuchen das war kacke gut wir haben jetzt aber 4000 stärke ist ein anfang reicht nicht für ein endgegner das problem was ich habe ich brauche geld weil mit geld regiert man das spiel ist einfach so das müssen jetzt fünf punkte gewesen sein ja ok ich habe das gefühl dass gar es gar nicht mehr zuvor es gibt bevor wir überhaupt nächste machen können ich glaube die skufe 3 bringt am meisten von der trainingssalle hier kommen geht er hoch mein gott bin ich auch schwer bei dreieinhalb stunden also wenn du hier ist nur noch die letzten sachen da drüben muss knapp von der zeit her deswegen machen wir gerade den kampf hier mal nicht lassen wir mal schön sein ui ok warm glaube ich das labor ist auch fertig oder könnte ich ein ding immer noch mal cup mod das geht sogar noch dick auf chaos garland ist echt leicht zu bekommen auf einem und eigentlich auch was mich ja nur dann das problem war ja nur komischerweise die disziplin bei bei ultra ist wichtig und bei mega ist dann wieder irgendwie komplett unwichtig ist ist dann auch wieder auch etwas was ich denn nicht verstehen kann ja wo ich mir auch mein teil wieder nur denken kann jetzt nicht wahr oder danke toll es sind materialien in der nähe ich sehe es ich sehe es das war wie eine schlechte ausbeute ein schönes fampen hier gleich sagt ja einer wir müssen weiter ist echt aufgekrasst okay ich weiß dass ihr müde seid stimmt davor habe ich das ja genau anders um gemacht okay dann pennen wir hier mal ja jetzt sind die sachen wieder da perfekt ja perfekt toll ja toll nix lucky ja ja zum schluss das war gut aber das reicht dann glaube ich nicht ich glaube aber nicht ich glaube das reicht nicht blau hast du gefunden blau 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 brauche ich nicht das geld immer noch haben jawohl echte meda ja kostet nix zwei rote filme noch und du tausch die nicht weiter muss ich die bauarbeiter hier aufrüsten auch gottes willen das restaurant für bräuchte latex und okay dabei noch feuerholz für aber hier auch okay feuerholz brauche ich auch schatzsucher könnte ich noch machen mache ich aber nicht das museum können das museum können den angel teig der angeteig der kostet mich nichts also nichts wichtiges was ich brauche du tauscht holz du willst nur bambus haben für feuerholz okay auch interessant nach ich will nichts tauschen dank jetzt haben wir so viel noch an dem training ver dadelt ich muss mir einfach ich muss mir was überlegen fürs nächste mal was wir dann machen auf jeden fall sag ich dann für heute war es das ich hoffe euch hat es trotzdem gefallen es war für mich nervend aufreiben und schaltet wieder ein wenn es wieder heißt let's play digimon wird next order oh je das dauert noch